Jede Antwort, die ich euch gebe, gebt ihr mit 20 Goldstücke. Das ist mein letztes Wort. Einverstanden. Was wollt ihr also wissen? Kann ich euch ein... Solange ihr die Goldstücke habt? So. Hier wird ein paar Fragen. Äh, bla bla bla. Na los, dann fangen wir mal an. Erzählt mir, wo der Gefangene festgehalten wird. Alle Gefangenen werden ausnahmslos im Hauptquartier des ersten Bürgers festgehalten. Die Sicherheitsmaßnahmen sind unglaublich streng. Dort wimmelt es von Wachen. Jetzt gib mir meine 20 Goldstücke. Einverstanden. Hier. Und jetzt werde ich angerufen. Oh, Mann. Hallo? Warte mal ganz kurz. Ähm, was hast du denn? Nix. Wolltest du mich einfach nur bei der Aufnahme stören, richtig? Ja, ich bin gerade an der Aufnahme. Ich habe jetzt auch nicht aufgehört, deswegen. Auf. Hehe. Na, warte. Moment. So, da wollte mich die... Onya mal ein bisschen stören beim Spielen. So, auf. Solange ihr die Goldstücke habt. Ähm. Erzählt mir von Menschenopfern. Der erste Bürger hat erkannt, dass ein Menschenopfer den Schrein wieder in Ordnung bringt. Ist das nicht unglaublich? Jetzt gebt mir meine 20 Goldstücke. Einverstanden. Hier. Ja, der frisst ziemlich Geld, aber ich habe so viel Geld, ich kann das leisten. Solange ihr die Goldstücke habt. Erzählt mir vom... Der erste Bürger, er ist der Retter von Cove. Und seid in seiner Nähe vorsichtig. Wenn er spürt, dass ihr nicht die rechte Gesinnung zeigt, drückt er euren Kopf schon zurecht. Jetzt gebt mir meine 20 Goldstücke. Soll er sich mal eine Waffe besorgen, ne Idiot. Da war ja überhaupt gar kein Problem. Kann ich euch einige Fragen über Cove stellen? Wobei ich auch sehr, sehr stark bin mittlerweile. Solange ihr die Goldstücke habt. Erzählt mir von der Zerstörung Cove's in den Aufständen. Ja, Cove wurde während der Aufstände die Ausbrach, nachdem dieses Riesending von Säule erschien, fast völlig zerstört. Jetzt gebt mir meine 20 Goldstücke. Einverstanden. Hier. Kann ich euch einige Fragen... Solange ihr die Goldstücke habt. Könnt ihr zu anderen Begebenheiten was sagen? Ja, gewiss. Solange ihr zahlt. Erzählt mir vom Geisterhaus. Oh, man sagt, dass an diesem Ort die Geister derjenigen spuken, die bei den Aufständen ums Leben kamen. Was mich betrifft, ich glaube nicht daran. Jetzt gebt mir meine 20 Goldstücke. Einverstanden. Hier. Ja, ja. Kann ich euch... Solange ihr die Gold... Könnt ihr zu... Ja, gewiss. Erzählt mir, wo das Zige... Das Zigeunerlager. Oh, das ist in Richtung Norden von hier. Ihr solltet euch aber mit diesen Zigeunern auf nichts einlassen. Sie werden euch bis aufs Händ ausnehmen. Jetzt gebt mir meine 20 Goldstücke. Einverstanden. Hier. Kann ich euch... Solange ihr die Goldstücke... So. Könnt ihr zu... Ja, gewiss. Okay, keine Fragen. Ich muss jetzt... Ich habe auch mal aus Versehen... Ach, das habe ich gar nicht gemerkt. Nicht der Bigger. Egal. Ähm. Eigentlich müsste hier noch irgendwo... Das habe ich damals immer nicht gefunden auf Anhieb. Wenn ich mich mal dort angestellt habe. Hier muss irgendwo ein Grab sein oder so. Achso, das habe ich jetzt auch noch nicht geholt. Ach, steht ihr? Ne? Stimmt. Das habe ich noch gar nicht gemacht. So. Kann ich jetzt vielleicht ans Geld? Nein. Er lässt mich nicht ans Geld. So. Okay. Die Münzen nehme ich mit. Damit bin ich auch schon wieder fast aufgefüllt. Und den weißen Heiltrank nehme ich auch noch mit. So. Gut. Außerdem habe ich ja hier noch mein Ding, wo ich das Wichtige reingepackt habe. Ja. Okay. Gut. Das Wortmeld ist, die meisten Schlüssel sind einfach zu nichts Nütze. Deswegen habe ich meinen anderen Schlüssel hier auch abgelegt. Wisst ihr ja noch. Wenn ihr euch erinnern könnt. Also dieser Schlüssel, den ich einfach ankriege. Weil der ist halt richtig wichtig. Für einen Gegenstand, den ich sonst nicht bekommen würde. Und den ich nur bekomme, wenn ich Waldläufer bin. Was ich ja bin. So. Gut. Hier ist nichts weiter. Nö. 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 So. Hier ist noch was. Und zwar so ein Ding. Kann ich das eigentlich anzünden? Bisschen Licht machen? Nö. Kann ich nicht. Schade. Bisschen Licht machen finde ich immer ganz gut. Gerade weil ich jetzt hier im Dunkeln rumeier. Aber es müsste gleich wieder morgen werden. Oder demnächst wieder morgen werden. Gut. Gucken wir uns doch mal hier drinnen um. In diesem Geisterhaus. Parkourtes Brett. Parkourtes Brett. Aha. Ein Spinnengewebe. Ja, das liegt wahrscheinlich von... Ist wahrscheinlich von Spider-Man. Ich wollte ihn auch schon anrufen, aber er hat kein Netz. Oh, ein Geist. Hey, ich kann dich durchwärts hindurch sehen. Seit dieser schrecklichen Nacht kommen mir nur die durchsichtigen Menschen vorbei. Wie heißt du, kleines Mädchen? Ich heiße Deiner und bin fünf Jahre alt. Wann war die schreckliche Nacht? Es war die Nacht, in der alle Erwachsenen böse wurden und sich gegenseitig verletzten. Die Leute ratten herum, schrien und verbrannten Sachen und zerstörten alles. Ich hatte Angst, also kam ich die Treppen hoch. Was erstellte mich unter dem Bett? In dem Haus ist nichts geschehen. Es war plötzlich nur sehr viel Rauch da rum. Und bin ich eingeschlafen. Aber seit der schrecklichen Nacht mache ich nur noch Nachts auf. Warum denn nur? Sie hat noch nicht gerafft, dass sie tot ist. Du siehst durch die anderen Erwachsenen durch? Ja, ich kann durch sie durchsehen. Zuerst dachte ich, dass sie meine Spielgefährten seien. Sie sind es aber nicht. Sie sind nur die Leute, die seit jener schrecklichen Nacht keine Angst vor mir haben. Aber sie mögen die anderen Leute nicht, die Bösen. Sie sagen, die Bösen haben alles gestohlen und geben sich nicht zurück. Die durchsichtigen Leute sagen, dass die Bösen alles, was sie gestohlen haben, in einen Grab bringen sollten. Aber die Bösen wollen das nicht tun. Meine Katze macht gerade Radau da hinten. Ich muss da mal ganz kurz für Einhalt gebieten. Ja, meine Jungs wollten mit einer gebrauchten Einkaufstüte spielen, was mir auf den Sack ging. So. Wann war die? Das war die Nacht, in der alle Erwachsenen böse wurden und sich gegenseitig verletzten. Die Leute ratten herum, schrien und verbrannten Sachen und zerstörten alles. Ich hatte Angst, also kam ich die Treppen hoch. Und er stellte mich unter dem Bett. In dem Haus ist nichts geschehen. Es war plötzlich nur so viel Rauch da und dann bin ich eingeschlafen. Aber bei der schrecklichen Nacht mache ich nur noch nachts auf. Wow. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Huch, Entschuldigung. Wie heißt... Ich heiße... Ich weiß... Null. Nein, was? Seit es immer dunkel ist, wenn ich aufstehe, kann ich meine Puppe nicht finden. Ich bin so einsam ohne Puppe. So durchsichtigen Leute helfen mir nicht, sie zu finden. Könnt ihr mir helfen? Bitte. Kein Ding. Klar doch, mein Liebes. Ich helfe dir, deine Puppe zu finden. Hab Dank, mein Herr. So, das ist eine kleine Quest, um dieses arme Mädchen hier... Charisma. Uh. Das haben wir allerdings schon. Aber jetzt ist die auch nicht zu mir. Dass es natürlich extrem sinnvoll ist. Komm, ey. Mach keinen Scheiß. Kann ich mich nicht mehr bewegen? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Doch, jetzt. Okay. Oh. Ich dachte schon, ich habe ein Problem. Gut. Speichern wir mal gleich. Gut. Ich hatte schon Angst. Ich mag es nicht, wenn etwas passiert, was mich dazu bringt, mich nicht mehr zu bewegen. Eigentlich hatte ich das aber noch nie gehabt, dieses Problem, dass ich mich dauerhaft nicht bewegen konnte. Es passiert halt ab und zu mal sowas. Aber, naja. Gut. Oh, da ist ein Geist. Na gut, ich habe gerade gespeichert. Da können wir den mal probieren. Das Problem ist, die können unheimlich viel abmachen, aber auch sehr, sehr wenig Schaden. Beziehungsweise wenn überhaupt. Die kommen eigentlich gar nicht zum Angriff, wenn ich sie angreife. Aber man kann ganz schön lange an ihnen rumsitzen, bis die mal sterben. Oh. Okay, habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Aber ich bin auch ziemlich stark mittlerweile. Ich habe es schon zweimal stärker gelevelt. Von der Seite aus geht das wohl ganz gut. Naja, was haben wir hier? Die Krypta. Und in der Krypta finden wir normalerweise immer ein paar Nettes. Irgendwas Kleines. Wie zum Beispiel diesen Trank. Ein bisschen Geld. Und in diesem Fall war es das auch schon. Okay. Ansonsten ist hier nichts. Aber hier oben ist ein Ring oder was? Aha, der Ring ist aber auf dem Knochen. Hm. Und da oben ist auch was drin. Leichnam. Okay. Nichts Interessantes in diesem Krypta. Manchmal sind da ganz gute Zaubersprüche drin. Also Zaubersprüche, die man auch selten findet. In diesem Fall. Allerdings nichts Interessantes. So, hier sind Schweine. Gegner. Und ein Junge. Geh weg. Geh weg, sagt er. Finde ich richtig. Da, das ist ein Junge, den ich mag. Der ist einfach ehrlich. Sagt hier, du Type, ich habe keinen Bock auf dich. Halt die Schnauze. Oh, kleine Kinder greifst du nicht an, oder was? Kannst du machen. Ich heirate sie alle. Ich werde sie alle haben. Ich bin der Avatar. Mich wollen halt alle. Zeug ich da mal ran. Avatar ist wie ich in echt. Ah, so. Ah, das ist so praktisch mein spielerisches Gegenstück. Alle wollen sie mich heiraten. Was soll man machen? Ich habe Verantwortung. So, die Dinger muss ich leider meiden. Weil ich sie mit einer Zwei-Hand-Waffe nicht vernünftig verletzen kann. Ich brauche eine Stichwaffe, um sie zu verletzen. Okay. Wo muss ich jetzt lang? Warte mal, ich habe doch eine Karte. Aber da bin ich noch nicht. Okay, gut. Bin ich in dem Bereich. Ich muss mal gucken jetzt nach Norden, hieß es. Och, nicht schon wieder. Die Karten wieder schon. Drei. Oh, jetzt hat er mich wirklich gebraucht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Da macht es sau wenig Schaden. Macht überhaupt Schaden? Bin nur noch voll. Ah, guck mal, ein Unsichtbarkeitstrank. Yay, ich kann unsichtbarkeitstrank machen. Und wenn ich wieder Glück habe, bleibt das wieder hängen und ich bin die ganze Zeit unsichtbar. Das ist sehr, sehr cool. Bringt natürlich überhaupt nichts. Ah, und schon sind wir hier bei in Mainok. Das da vorne ist tatsächlich Koof. Das ist alles, was so ein Koof ist. Es gibt nur zwei Häuser. Das ist leerstehende Haus und das ist das Haus des Anführers. Deswegen ist die Frage, wo der Gefangene ist, eigentlich ziemlich dämlich. Aber gut, nehmen wir das einfach mal hin. Ich habe jetzt auch eine Weitere gespielt, weil ich noch meine CD besorgen musste und die nicht gefunden habe. Um natürlich die Videosequenzen auch wieder abspielen lassen zu können. Gut, gucken wir doch mal, was hier ist. Huch. Ähm, Typ? Ah, okay. Das ist Blackthorn. Ich bin unsichtbar, ich kann mich nicht sehen. Haha, doch, da sieht er mich wieder. Die geskripteten Sequenzen sind schlecht. Ich fahre euch Zigeunerpack langsam satt. Ich frage dich am letztes Mal. Wo ist die Linse? Ich habe euch bereits gesagt. Ich weiß nicht, wo die Linse ist. Du weißt genau, dass es nicht klug ist, meine Geduld auf die Probe zu stellen. Vielleicht kann ich deinem Gedächtnis damit auf die Sprünge helfen. Sag mir, wo die Linse ist. Oder deine Tochter ist das Nichts dran. Vater, sag ihm, was er wissen will, Vater. Ich sage doch. Ich weiß es nicht. Blackthorn, tut dem Mädchen etwas an und es ist das Letzte, was ihr jemals tun werdet. Avatar, ich hätte wissen sollen, dass ihr irgendwann auftauchen würdet. Das geht euch nichts an, Avatar. Oh doch, alles, was in diesem Land vor sich geht, geht mich etwas an. Oh Mann. Ihr wollt mir nicht helfen? Ich werde zusehen, dass ihr ihm auch nicht helfen werdet. Ihr Zigeuner seid ein abergläubisches Völkchen. Nun gut, glaubt dies. Ich lege einen Fluch auf dieses Dorf. Jeder, der dem Avatar bei seinem Abenteuer hilft, wird in Flammen aufgehen. Mal Flammen, Leck. Mal Flammen, Randkrumm. Anit Flammen! Was euch betrifft, wir sehen uns wieder, wenn die Umstände etwas vorteilhafter sind. Tja, damit hat er diese Gruppe hier verflucht. Bitte, rettet einen mein Geschäft und ich werde euch eure Zukunft vorhersagen. Oh, hab danke. Bis auf diese nette Frau, die einst hier lebte, kannte ich niemanden mit Heilmitteln. Eines steht fest, hier hat keiner solche Zaubertränke. Sie verfluchen dich sofort, aber heilen? Nein. Ha! Wie lautet euer... Ich heiße Ellara. Habt ihr ein Heilmittel für mich? Ich bin sehr alt und werde oft krass. Ja, ich kann... Gib mir noch eines, ja. Ich kann eins verkaufen, wenn ich zwei habe. Hm. Ja. Kann ich noch eins haben? Wenn ich mehrere habe, kann ich ein paar verkaufen. Hab mit... Okay, eins gebe ich noch. Ja, ich kann noch ein Mittel... Kann ich noch eins haben? Wenn ich mehrere... Wo habt ihr diese Heilerin ge... Immer beim Wasserfall. Wer war diese Heilerin? Man nannte sie Julia. Sie war der einzige gute Mensch in dieser Stadt. Sie wusste, was einer alten Frau hilft. Nicht wie diese selbstsüchtigen Leute, die jetzt hier leben. Wieder für Ultima-Nichtkenner. Julia ist die, ähm, naja, Gefährtin des Opfers. Also eine von seinen Gefährten. In allen anderen Ultima-Teilen, also ab dem 4. zumindest, äh, bekommen wir die als Mitstreiter. Also ich kenne nicht jeden einzelnen Teil, aber soweit ich weiß, äh, doch. Ist das, glaube ich, bei allen so. Und, ähm, naja. Ich brauche Informationen über das Siegel und das Mantra. Könnt ihr mir helfen? Tut mir leid, aber von solchen Dingen weiß ich nichts. Und, ähm, naja.